ein neuer tag ein neuer booster heute wieder mit batman artwork 12344 kommt man echt langsam so ein bisschen ins grübeln bei den ganzen verschiedenen sammelkarten spielen und ihren kartentricks so hier haben wir deiner lenz black canary kanaren schrei dann los team titanen professor hugo strange psychoanalytiker zerreiß dich die szene aus dem film kenne ich auch noch sehr gut man bad dr robert langström bain ubu armbrust die hatten wir ja schon mal connor kennt superboy spürender telekinet ist auch schon mal da gewesen kassandra kane bad girl kampfkünstlerin dann haben wir die fliegende festung sehr sehr schönes artwork muss ich sagen frage und echo kenne ich gar nicht doppelter ärger aber laut outfit müssen die ja irgendwas mit dem riddler zu tun haben das bettsignal dann haben wir roi harper arsenal eine normale holo und da müsste ja die karte die jetzt folgt unsere seltene seien jawohl dick grayson nightwing hochfliegender akrobat ja dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin ciao